Herzlich willkommen zum Marktausblick kompakt der DWS. Der US-amerikanische Inflation Reduction Act, kurz IRA, hat vor kurzem für viel Wirbel in Europa gesorgt. Worum geht es? Hinter der Überschrift der Inflationsbekämpfung verbirgt sich ein riesiges Subventionsprogramm für erneuerbare Energien und Klimaschutz. Das Entscheidende aber sei, so seine europäischen Kritiker, dass zahlreiche Subventionen an eine Produktion in den USA gekoppelt seien, dass also nur US-Firmen in den Genuss der Subventionen kämen. Europäische Firmen würden so benachteiligt und müssten ihre Produktion in die USA verlegen. Vor dem Hintergrund der ohnehin hohen Energiepreise hierzulande würde ein regelrechter Exodus europäischer Firmen einsetzen. Nun, was ist da dran? Ein detaillierterer Blick lohnt. Bei dem Inflation Reduction Act handelt es sich tatsächlich um ein großes Subventionspaket. Rund 370 Milliarden US-Dollar sollen in den nächsten zehn Jahren in den Klimaschutz gesteckt werden. Das sollten wir als Europäer zunächst einmal begrüßen. Der normale Klimaschutz kann schließlich nur gelingen, wenn auch die großen CO2-Emittenten mitspielen. Zudem haben die zahlreichen Subventionen im Rahmen des europäischen Green Deal eine ähnliche Größenordnung. Selbst die Subventionen für den Kauf von Elektrofahrzeugen unterscheiden sich kaum von denen in der Europäischen Union. Und die zahllosen Subventionen für erneuerbare Energien in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union übersteigen jene des ERA bei weitem. Die sogenannten Local Content Rules, die also einen Mindestanteil an nordamerikanischer Produktion vorgeben, dürften allerdings klar gegen WTO-Regeln verstoßen. Das ist betrüblich, aber zum einen betreffen diese Regeln weniger als ein Viertel des Gesamtpakets, zum anderen lassen sich diese Regeln von europäischen Firmen vielfach ganz gut umgehen. Das nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, gilt auch hier. Und selbst wenn einige Subventionen unerreichbar bleiben, kein seriöses Unternehmen wird seine Standortentscheidung allein von der Größe von Fördertöpfen abhängig machen. Ein Exodus ist jedenfalls nicht zu erwarten. Alles in allem also kein Grund für europäische Firmen, ihren Kopf in den Sand zu stecken. Und für europäische Investoren erst recht nicht. Man sollte die Kompetenzen europäischer Firmen im Umweltbereich nicht unterschätzen. Zahlreiche europäische Firmen dürften sogar davon profitieren, dass der Kuchen an klimafreundlichen Investitionen insgesamt größer wird. Damit verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal.